Worin? Ja, wirklich so die motherfuckin' Wraith Ah, ja klar Guck, guck, guck mal was ich als Backblink hab Guck mein Backblink, guck mein Backblink Hören wir zu! Hören wir zu! Wohin Wraithless? Ja, ja Wraithless gibt's nen Boss Bei Wraithless hier gibt's nen Boss Wraithless gibt's nen Boss Ja Wraithless leer gibt's Boss Was denn, was ist denn los, erzähl Nervt der Typ dich immer noch Was will er? Ah Nö, was bist du eigentlich für eine Hier geht doch in der Hitze Nö, ist nicht Nö, ist nicht Man, dann ist sie gegen Was, wenn nicht keiner gelandet ist Ich fick doch meine Eier! N'Lami! N'Lami? Nö, 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 nö Nö, 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 nö. Guck mal nö, nö! Nö, nö, nö! Ja, du hättest, der Bock aufpassen, guck mal nö! Die machen nichts wegen dementsch. Den... äh... Bosse Bosse Von den Bosse Den hab ich mir aber lahmatastisch gesneed Weiß nicht was die Bäre macht noch nicht Was kann man mit dem Geld hier machen Abu Das ist ein Boss Das kannst du dich auch bewegen wenn du laufen tust hier entschuldigung also ich gehe runter Nee ist nicht schneller gewonnen aber du kannst dich bewegen Abfahrt Unten Da ist einfach ein Weg der nach unten geht so Fast alles Gönnt euch gönnt euch Ja normal was soll ich sagen ja Normal Warte mal ich schwöre ich gar nicht zu Warte mal 2, 2, 2, 3 Die Schrofflinter ok Das sieht schon aus Das sieht schon aus Hier nimm die in lila die du hast Das sieht in blau Ja was denn Hinter dir ist die in lila Hä Die Schrofflinter Ah ok Da kann ich ja kein Abo So hier mach ich Ja komm Die ziehen Fernrohr wieder rauf Nachladegeschwindigkeit Magazinkapazität Oh was nimm ich da Ich hab so scheiß Waffe Unfassbar ne Ist Auf 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 Na dann kann ich Charlie mehr rauf machen ok Steps Steps Ja ja Charlie Mango Nango Steps Steps Ey draußen Wo Kau hin Kau hin Kau durchstipp Kau Ah Oh was ist das schön aus Na dasselbe Da ist ein Sniper Sniper Maybell Sniper wird hier Spawn sein lasst uns hier alles schön abbluten und munitionen oder nicht das gleiche wie vor passiert die fresse hat jemand sniper uni? ich habe bestimmt sniper uni, das kann ich vielleicht geben 42 stück alter ja eihän se vois oi 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 man springt auch irgendwie anders rüber du kletterst sozusagen so kurz rüber so ne ne gerade eben auch bin ich so mit dem end oh fortnite aktualisiert jetzt mal schneller ja man ich bin jetzt bei 34% und er lehrt gerade mit 26,2 mb die sekunde Ach, das war der. Sehr schön. Also jetzt lipp das mal, nebenbei. Me like, me like. Rank, du kriegst keine Munition, wenn du mir hinterherläufst. Ich will aber deinen Popo. Hauptsache Wix-Vorlage. Weißt du, wie ich mein, Popo? Weißt du, wie ich mein, Popo? Ja, aber was bringt es dir? Ach, die Automaten gibt es auch wieder. Perfekt. Die hat er auch vermischt. Leckerli, für mich. Oh, Zonekomp, Wille. Wie kann ich das mal benutzen? F drücken. Oh, Schüsse. Zonekomp, also. Gut, super. Ich habe die Gegner laufen sehen. Ja, war es doch so orange da, in der Zone. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich jetzt erwischt bin ich tot. Ja, ist doch jemand. Oh, ich bin geblockt hinter euch. Noch einer. Ja, in den Kurs. Ja, zwei. Warte mal. Warte. Ja, boah, hier auch noch. Oh, nö. Er hat nur mich, er hat nur mich. Ja? Lass das Mikro machen. Komm her, ich habe nur 26. Mach einfach. Sicher? Ja, er hat mich, er hat mich. Cenk, Cenk, der ist toteslob. Soll ich ihn holen, oder? Wartest du dich? Ich bin tot. Jetzt ficken wir die. Jetzt. Bleib stehen. Du bist zu langsam. Beide, push ihn einfach, beide. Ja? Er ist oben, ja. Ich habe, ich habe einen Shotgun oder so, komm. Bist du bereit? Hast du Leben, oder egal? Hab ihn. Ja, irre, Digga. Boah, ich habe mich gegen den Ballern, Digga. Nico, hast du es gesehen, bis er klappt? Ich habe gerne zu geguckt. Boah, ich habe mich gegen den Ballern, Digga. Boah, Mann. Äh, hier dich, hier dich, hier dich. Ich habe keinen, ich habe keinen, ich habe keinen, ich habe keinen, ich habe keinen. Nein. Hä, doch. Nein. Das musst du doch in dein, das hast du doch in dein Inventar, hä? Ja, ich habe mich nicht mehr, nein. Haben wir so eine Karte? Warum hast du nur so wenig Leben bekommen? Äh, ich habe Schild bekommen, das hier. Cenk belebt mich wieder. Ja. Wunderbar. Wir müssen irgendwie an meine Sachen kommen. Die Zone, Bro, die Zone. Versuch mal. Hey, wo war das hier? Ich gehe schon mal weiter. Hey, ich habe alle meine Sachen weggenommen. Ja, Digga, alles weg, Digga. Alles weg. Ich habe die goldenen, ich habe die goldenen, ich habe die goldenen Opaleherika als Hyper genommen. Was ist das? Was ist das? ich hab kein heal oder so einfach ist eh alles platz oben still auch leben ich hab die botchkarte hier sind verbände verbände jawohl ja ich hab nicht genug mir geht das nicht brauchst du MF drücken wenn du genug Gold hast kannst du dir kaufen das ist ein medikett ne ja ja genau das ist Loot Dings ne ja Loot fällt Boah Loot Lake Loot Lake Loot Lake ja komm ja komm ja komm ja komm ja komm weig 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 auf 4 Sekunden ne preach nach 4 Sekunden ne schau glaube ich nicht ne abo einfach alles mit was wir fern ne jetzt wieder raus wieder raus wieder raus wieder raus wieder raus wieder raus Auto? Auto Der ist so weak Oh noch einer Der ist so weak Cool jetzt Habu